Das Wörtchen Schaf für einen Schrank kennt man schon seit dem 14. Jahrhundert. Im Rheinland ist das Glaseschaf der obere, mit Glasfenstern versehene Teil eines Schranks. Das Schaf ist auch ein Schöpfgefäß oder der Riegel an der Porz. Und wir haben auch für den Köchenschrank gesagt, mach die Schafdür zu. Es hat wieder die Schafdür abgelassen, mach die Tür zu. Der Schaf ist wieder ab. Das kenne ich auch.